. . . . Für einmal direkt aus dem Dschungel grüße Sie miteinander. Telezüri berichtet diese Woche aus Sumatra. Auf dieser indonesischen Insel ist eines von zwei Gebieten, die es Orang-Utan gibt. Nogit, muss man sagen. . 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 wo man eben verletzt und umbringt. Es ist zwar seit Jahrzehnten verboten, doch immer noch werden junge Orangutan in Indonesien als Haustiere gehalten, ja, als Kinderersatz richtig verhätschelt. Für diese Tiere wird die Quarantänen-Station buchstäblich zu einer Orangutan-Schule. Sie müssen hier üben, wie man im Dschungel überlebt, vor allem müssen sie Blätter und Früchte kennenlernen, die sie essen können. Man muss sich das mal vorstellen. Es hat Tiere hier drin, die noch nie einen anderen Orangutan gesehen haben, seit ihre Mutter getötet worden ist. Kranke Tiere werden in der eigenen Klinik operiert und gesund gepflegt. Im Sozialisierungsgehege lernen die Affen mit Artgenossen zusammenzuleben. Wer dann parat ist für den Dschungel, wird in einer von zwei Auswilderungsstationen das Zentral-Sumatra oder das Arche freigelassen. Das sind dann die schönen Momente der Arbeit der Regina Frey. Und Arbeit wartet auf die Zürcherin noch genug. Das Elend geht eigentlich immer weiter. Je mehr der Mensch den Regenwald zerstört, umso dramatischer wird die Situation des Orangutan und von anderen Arten, die den Regenwald braucht, um zu überleben. Und das sehen Sie morgen. Über holprige Strassen geht es auf Bukit Lavang. Hier im Regenwald suchen wir wilde Orangutan. Es ist wahrscheinlich der einzige Ort auf der Welt, wo man die Orangutan in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.